monster eier versus star drops ok 321 klar natürlich ja das geht es nicht und wir starten rein leute ich habe die monster eier river ist auch dabei hallo ich habe schon erste mutation du hast die star drops genau wir machen heute battle monster eier versus star drops und punkte ganz ganz wichtig seht ihr jetzt schon mal eingeblendet für monster eier gibt es für jeden skin je nach seltenheit verschiedene punkte zehn punkte gibt es für den legendären und 15 punkte wäre tatsächlich für godzilla bass mutationen geben heute keine punkte bei deinen star drops ihr kennt dies die brawler punkteskala zehn punkte für den legendären ein punkt für seltenen und alles dazwischen skins geben bei dir natürlich auch entsprechend punkte je nach seltenheit bist du bereit ja wenn ich würde einige bekommen einiges können ja könnte sein was glaubst du wer gewinnt schwierig also ich muss sagen generell star drops ich finde monster eier gönnen irgendwie aktuell mehr mutation ja ich also das ding ist halt ich kann halt im prinzip nicht unlimitiert viele punkte sammeln weil wenn ich alle skins schon habe dann geht halt nicht mehr aktuell habe ich null das ist klar sind ja hier auf frischen accounts auf dem developer bild sonst könnten wir das ganze auch gar nicht machen an der stelle kurs 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 auch an super cell die das indirekt ermöglichen und natürlich auch ihr an der stelle shoutout creator code puki könnt ihr gerne eintragen alle sieben tage neu und ich ziehe die ganze zeit nur mutationen auch man müde und da habe ich den ersten skin direkt oh mein gott stimmt ist ja kein skin ich habe noch die brauche mich es ist selten zwei punkte genau ich hatte noch kein müde sei kein müde ist kein legendäres bis jetzt nur mutationen die geben alle keine punkte also ich bin bei aktuell null punkten das ist sehr stark oh mein gott ja stimmt muss ja auch mehr brawler sein das heißt ja nice also nicht mehr ist nicht mehr als für mich und ich ziehe nur mutationen bro ich will keine mutationen also mutationen wäre unfair wenn die punkte bekommen weil dann würde ich jetzt schon mal safe 80 punkte haben auch müde dann könntest du gar nicht mehr gewinnen bitte legendär nein okay ich warte auf dich vielleicht siehst du auch ein legendärer ja das war klar aber so ich habe es so gewollt schwarzer muss direkt am anfang aus dem ersten legendärme ist das gut 15 punkte sind das holy shit die ich habe zwar immerhin auch einen brawler nicht schlecht immer mit krank lol also die eier gönnen die auf jeden fall bis jetzt schon mal ein bisschen besser muss ich gestehen ja wir haben aber noch richtig viel vor uns also da kann sich potenziell noch alles drehen vielleicht sicher noch ein godziller bus das wäre krass das wäre okay dann kann ich wirklich henni zweite legen das war das erste legendäres ei musst du mal muss dir vorstellen schon heftig ja schon sehr lucky hast du generell hast du generell auf dem haupt account glück gehabt wenn die monster ne geht so also ein godziller bus aus allen ich habe mir alle gekauft aber oh legendär oh mein gott oh mein gott ich auch 3 2 oh mein gott ich habe aufgemacht ich bin ja so lucky das ist doch nice abfahrt ja die mutationen die brauchen wir auch noch mal heute nicht die will ich eigentlich gar nicht aber gut irgendwie werden wir alle ziehen glaube ich die müde schmütte schmütte station nein wieso krieg ich denn den jesse pin ha 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 ja pins geben übrigens keine punkte und sprays auch nicht ich hatte auch niemand müde und ich bekomme münzen oder was klar natürlich ha ha streetwear max ist schon auch okay nehmen wir mit auf jeden fall aber was macht ihr selber mehr spaß zu öffnen und die eier aktuell wobei ich muss sagen ich habe letztens ich weiß nicht ob ich gesehen habe am pay to win account aus dem legendären ei aus dem bonus weil ich im super sales store online gekauft habe habe ich amber gezogen das war krass habe ich dass nach schlager da doch mal nicht wie auch immer ja ich finde generell also wenn es darauf klicken irgendwie ist das cool klar aber diese monster den herstreichen ja eigentlich geht es höher gibt es nicht höher das schon verdammt geil hast du noch mal so nervenkitzel einfach sehr selten oh mein gott komm ich brauche noch ein legendäres ei bitte bütisch legendär ja klar natürlich bitte bitte ja das gibt es nicht nein das gibt es nicht ich bin so lucky schummelt das ist so unfair holy shit der zweite gozitter war es das sind 15 punkte nochmal ja das ist richtig fette punkte das ist ja absolut bodenlos das tut mir echt leid das ist ja unfair fast schon wie lucky bin ich denn das sind alles gute legendären brawler alles gut ja will ich mal sehen dann mach mal egal zweimal gozilla was das ist geisteskrank lucky mythisch oh mein gott ja klar natürlich er bekommt alles ja jung ist meine dinge mit ja schon legen die ja um legen die ja aus und 1000 münzen ist das gut ja was soll man sagen hier fehlen 60 70 brawler gehen hier und ich bekomme ich bin null keine 1000 münzen ist schon bodenlos geil leute schreibt man die kommentare schummelt puki oder nein ich bin einmal vertraue ich dass da doch kommen 500 münzen ist kann ich sein wird jetzt ja nicht nur das power punkte okay puki vielleicht gibt es ja bei star jobs auch so eine möglichkeit wie man die geheim öffnen kann ja klar keine ritter ja ich dachte noch ein basken klar wie lucky ich bin ich muss mal hier den trick machen links links unten unten oder das hat schon irgendwie funktioniert das hat nicht funktioniert aber junge du hast einfach ein abo auf was junge du kriegst sogar kaiju basen auf hauptere basen irgendwie ne ich nehm alles mit alles nehme ich mit mythisch bitte yes geforce schon nett let's go ist das gut denkst du es gibt irgendwie auch so eine methode wie man so star jobs öffnen kann mit der nase streichen ja mit der nase das ist der geheime trick müde ich komm bitte ah bling nein ich glaube ich kann ja besser ist auch ich kann glaube ich nur noch aus legendären eiern jetzt was ziehen um ehrlich zu sein ich glaube ich habe schon alles gezogen was man aus anderen eiern ich sag mal die box die gibt es nur legendären dann gibt es die den letzten basken auch nur noch aus dem legendären und die mutation habe ich auch schon okay das heißt ich muss ja wirklich legendär bekommen ich habe ja das ist nicht mehr normal weil ich aufmachen ja ne mach auf mach auf ich kriege kein ok oder 3 3 2 1 oh ja ist der erste block let's go pink legendär ok ok mit nase ja mit nase machen wir ich 3 2 1 legen ich gucke nicht hin und wir haben oh mein gott eine hyper charge super ich bekomme ich habe gefühlt 5 brawler auf dem account aber ich bekomme ich eigentlich hyper charge ja geil aber jetzt in dem fall gibt es keine punkte also pech gehabt ich glaube die monstereien gerade so hart andere frage ich habe jetzt mit credits jackie freigeschalten zählt ja zählt ok sind drei punkte dann letzte auch gönn ich dir weil sonst hast du auch schlecht mit ist immer garantiert 200 bling glaube ich jetzt weil ich kann die ganzen anderen dinge nicht mehr ziehen ich brauche jetzt die legendären eier leute ich wusste mir so leid wirklich schon ne ich habe so viel pech und so alles erst zwei gozilla buskins gezogen das ist echt ziemlich schlecht auch allgemein sollte lass mal ein like da damit pokimax ja mit leids like jetzt und auch abo leute abonniert den kanal schaut auch unbedingt bei rüber vorbei da ist unten in der video beschreibung verlinkt da haben wir auch ein cooles video gedreht ich habe noch ein bisschen gezogen let's go haben wir nicht klar natürlich ich dachte ich hab schon ich kann nur aus legendären eiern was fühlen ja natürlich klar mythisch kommt bitte 500 münzen natürlich ja du bist echt am rein pechen kann man so sagen oh doch du kannst noch den den dynamax gehen bekommen true true und den ziehe ich jetzt auch oder ich ziehe den godzilla bus ich mache auf 321 und ich ich sag brock es gibt auch noch diesen grünen jackie skin oder gibt es glaube ich auch noch oder kann sein ja seltene ja erst mal jetzt noch den gozilla endlich wie ja klar natürlich ich dachte jetzt bin ich mal besonders hat man eine brawler ja zwei da kommt er nicht das gehen na klar nimmst du mit zwei punkte da ist echt noch nicht mal eine müde brawler oder so gezogener ja okay ich habe auch müde ich war jetzt hier das ist so lecker die heilige magie kommt gut magie gut magie 321 und sie gönnt power punkte let's go geil sehr stark war nicht lang genug ich glaube dass das wird schwierig das noch aufzuholen du brauchst auf jeden fall irgendwie ein paar legendäre brawler jetzt mal so langsam sonst wird das nichts mehr und vergiss jetzt auch noch den letzten gozilla bus skin keine sorge aber wie viele punkte bekomme ich für legendären brawler zehn punkte wobei wir machen jetzt mal eine ausnahme wenn du jetzt wirklich ein legendären ziehst dann verdoppeln wir die punkte zwar okay ich glaube nicht mal dann also man kann es so direkt nicht vergleichen aber allgemein ich feiere mega eier gerade mehr schreibt gerne mal in die kommentare jetzt was feiert ihr mehr hashtag mega ei egal hashtag monster oder hashtag star drop schreibt es mal rein und jetzt müde ich habe auch gehofft jetzt ja natürlich das gibt es wirklich nicht so lucky kommen jetzt den jungen zieler buskin schwarze magie bitte 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 nehmen wir mit blauer brock passt ist egal ist egal wer wir können noch gelb schienen wir können noch auch legendär ja ich auch ja klar okay du hast doch eben das 1 gab es war ein abstand dazwischen zwei eier ist das krass okay bist du bereit gleichzeit los 321 und let's go oh ja wohl endlich wieder ein skin kommentator oh stark okay wenn du auch was bekommst dann ist halt auch wieder egal in dem moment ja das stimmt schon okay ich kann halt jetzt noch zwei brock skins ziehen glaube ich aber ich habe auch nicht mehr viele eier ich habe nur noch die letzten 50 eier mythisch kommt mythisch vielleicht aber 500 münzen natürlich okay ja da kannst du auch was schönes kaufen vielleicht ja aber was soll ich denn upgrade mit dem ich meine ich habe nur drei brauche gefühlt ist das schlecht naja vielleicht kommt ja noch was du hast ja noch ein paar ein paar startups noch am start ein paar eier noch leute also aktuell sieht es ja ganz klar aus die eier gewinnen das ding easy going ich freue mich nicht mal mehr drüber noch mal ein comeback okay da haben wir auch mal dreimal und dreimal blind auch stark ich glaube dann die kriegen wir noch mindestens ein brawler krieg ich noch kommen ich höre hier nicht auf ich höre hier nicht auf ohne noch ein brawler zu kriegen bitte bitte episch komm 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 ich tippe jetzt ganz ganz schnell drauf ganz ganz schnell episch oh mein gott ich muss ganz schnell typisch komm jawoll und jackie das jackie aber konstrukteurin jackie skin ja gut nimmst du mit okay die letzten eier jetzt ich mache noch mal langsam jetzt ist ein eier öffnung strick links unten rechts oben links und ich habe noch ein legendäres alter ja oh mein gott er bekommt auch noch einen block oh mein gott 20 punkte dann für deinen brawler ja ja die g ist geisteskrank geisteskrankes ende noch mal richtig schön reingelackt ich habe jetzt die letzten eier und ich muss ganz ehrlich gestehen river ich glaube selbst mit diesem doubler es wird ein knappes ding ich glaube ich glaube es wird schwierig ihr seht eher den punkte eingeblendet ich denke auch das gibt doch mal einen ordentlichen boost glaube ich ja auf jeden fall mythisch bitte okay das sei jetzt bitte nicht legendär nein 200 bling das war's ich bin durch das war mit meinem opening okay ich bin auch gerade durch mein gg's leute also die eingeblendet river vielen dank fürs dabei sein gg's ich danke dir schaut bei river vorbei lasst ein abo da zählen sepuki in shop eintragen bis dann glückwunsch glückwunsch tschüss und